Adam Bocek, der sich über die MSV-Amateure in die Liga-Mannschaft hochgearbeitet hat, verschuldete diesen Freistoß. Uli Bali, Iyashvili und Mohamad macht das gerne auch mal direkt aus der Halbposition. Ja, aus dem Tor! Benchik, da ist er wieder, der Joker, der Knipser von der Bank. Das Fußballmärchen im Breisgau. Es wird weitergeschrieben. Mohamad Freistoß. Und dann reagiert einer im 5-Meter-Raum. Blitzschnell. Und sein Arme, Benchik. So muss ein Torjäger arbeiten. Der Nationalspieler der Slowakei gibt Flinkrecht, weil er ihn sich für die Schlussphase aufgespart hat. Freiburg 2.